Liebe Gäste, liebe Jungen-Gosch, ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Es gibt ja heute Abend mehrere Veranstaltungen auf der Insel, wo wir uns gar nicht so sicher waren. Kommen genügend Gäste, aber ich sehe, wir sind zwar die größte Galerie der Insel, aber vielleicht sind wir doch noch zu klein, wenn ich das so sehe. Könnte noch größer sein. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind und wir haben praktisch zwei Höhepunkte. Einmal eröffnen wir heute die Ausstellung von Kurt Schulzke. Anschließend ist die Nord-Award-Verleihung an Jürgen Gosch, der sich zweifelsohne um die Insel und um den ganzen Norden verdient gemacht hat. Wir meinen alle, das sollte mal die Würde sein. Ich übergebe das Mikrofon an Herrn Dr. Bernd Anders, der Leiter oder Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist, die auch beim Nord-Award eine Schirmherrschaftsfunktion ausüben. Und er wird erst mal die Laudatio auf Kurt Schulzke halten. Dem Maler und Musiker Kurt Schulzke, Künstlername Kusch, 1950 in Hamburg geboren, muss ein guter Jahrgang sein, Kusch, ich kenne das auch, älter Sechster, lernte ich vor einigen Jahren in Iserlohn anlässlich einer Veranstaltung zugunsten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger kennen. Kurt Schulzke war dort im Foyer der Stadthalle mit einer Ausstellung und auf der Bühne mit norddeutschem Liedgut vertreten. Und dass wir an dem Abend, genauer gesagt, weit nach Mitternacht Freunde wurden, hat seinen besonderen Grund. Wir saßen nämlich gemütlich beisammen, ich vor meinem Kaltgetränk einheimischer Braukunst, er vor einem Glas Rotwein französischer Herkunft. Während ich mein Glas in wenigen Zügen leerte, blieb Kurt der Genuss verwehrt. Er stieß seines schlicht und ergreifend um. Und so verfuhren wir auch in der zweiten Runde. Während ich mein Bier trank, ergoss sich der Inhalt seines Weinglases erneut über die ursprünglich weiße Tischdecke, die mittlerweile geradezu expressionistische Züge angenommen hatte, wobei die Farbe Dunkelrot eindeutig dominierte. Das hatte so ein bisschen was von Bieden Mondrian, hatte ich den Eindruck. Und was auf meiner Seite nur noch weiß war. Daraufhin, ja. gab ich ihm den Tipp, doch gleich zwei Gläser zu bestellen. Eines zum Trinken, eines zum Umstoßen. Und von da an, meine Damen und Herren, nahm der Abend einen ausgesprochen harmonischen Verlauf. Und wie erwähnt, wir wurden Freunde. Insofern freut es mich, Ihnen heute, Kurt Schulzke, ein wenig näher bringen zu können. Ich tue dies gern und in mehrfacher Hinsicht. Zum einen als Geschäftsführer der bereits genannten Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, zum anderen als großer Musikfreund und natürlich auch als Verehrer der Malkunst von Kurt Schulzke. Sprechen wir zunächst ein wenig über den Musiker. Kurt Schulzke war in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, war es Kurt, ja? Des 20. Jahrhunderts, wesentlicher Bestandteil der Hamburger Szene und Gründer der legendären Band Schulzke-Skandaltrupp. Titel wie der Offenbarungseid, der ihm persönlich immer erspart geblieben ist, oder der Schweinetango, ich glaube, der ist ja auch erspart geblieben, waren absolute Partykracher. Er muckte auf Augenhöhe, und das passt besonders gut heute Abend, mit Udo Lindenberg, Otto und Leinemann. Und zusammen mit Gottfried Böttger und Vince Weber zählte er damals schon zu den angesagten Blues- und Buggie-Pianisten. In jener Zeit stand er beispielsweise mit Größen wie Champion Jack Dupree oder Alexis Korner, die Eltern unter uns werden sich erinnern, gemeinsam auf der Bühne, und eine enge Freundschaft mit Uschi Nerkke ergab sich nahezu von selbst. Ach Gott. Doch. Die Frau vielleicht muss jetzt so stehen bleiben, ich ändere das nicht mehr. Übrigens, kleine Notiz am Rande, Champion Jack Dupree ist vor vielen Jahren Leider Gottes, aber irgendwann ist nun mal Schluss in Hannover gestorben und hatte eine Kranzablösung, wie wir das sagen, zugunsten der Seenotretter verfügt. Also da gab es sogar auch enge Beziehungen zu. Jetzt aber aus gegebenem Anlass zum Maler, Kurt Schulzke. Dein Gesicht ist die Landschaft deiner Seele. Nach diesem Leitmotiv legt er seine Porträts an. Dies ist ein gar treffliches Motiv, es sei denn, ein Schönheitschirurg hat sich als Landschaftsgeabner versucht. Oder, um es mit den Worten der Schauspielerin Julia Roberts zu sagen, dein Gesicht erzählt eine Geschichte und es sollte nicht die über dein Arztbesuch sein. Nun fällt es mir als Vertreter der rauen Seenotrettung nicht unbedingt leicht, mich seinem Werk für jötonistisch zu nähern, Kurt, da hast du das angezettelt, Herr. Bitte gestatten Sie mir, mich daher auf eine Rezension von Dr. Rainer Bessling, Redaktionsleiter der Verlagsgruppe Kreiszeitung bei uns auf dem Festland im Nordwesten zu beziehen. Jena hat Kurt Schulzke im Rahmen einer gemeinsamen Ausstellung Kunst des Sammels mit Kooperation mit den Seenotrettern auf Spiekerhof wie folgt beschrieben. Und damit das klar ist, jetzt fange ich an zu zitieren. Das ist heutzutage auch immer so eine Sache mit dem Zitat. Also Zitat Anfang. Manche haben Schulzke klassisch Modell gesessen. Meist aber, und bei Nordlegenden wie Hans Albers notwendigerweise, gaben Fotos die Vorlagen. Aus diesen verschiedenen Vorlagen entsteht dann ein Bildnis auf der Leinwand, das die vielfach dokumentierten Charakteristika der Person festhält und verdichtet. Über die Beschäftigung mit der Vita des Porträtierten und das Einlesen in die Fotografien entsteht bereits Nähe. Wirklich nahe kommt Schulzke seinen Nordlichtern und Weltlegenden aber über den Malprozess selbst, wenn er sich in jede Furche der Physiognomie versenkt und nach ihren Quellen in der Lebensgeschichte der Psyche der Menschen sucht. Wir sind immer noch bei Zitaten. Was dann folgt und die Besonderheit von Schulzkes Darstellungen ausmacht, ist die Auflösung der harten Konturen und die Farbfahl als besondere Erweiterung und Bestärkung der Ausstrahlung. Schulzke weiß um die Wirkung und Symbolkraft der Farben, fällt seine Entscheidung über das Colorid aber ganz intuitiv. Es ist neben den individuellen Attributen das Kultige, das Klima einer Szene, was die Bildsprache Schulzkes in der Anlehnung an Warholz, Pop und Prominenzästhetik kennzeichnet. Kurt Schulzke erhält viele Porträt-Aufträge. Dabei hat er die Interessen seiner Auftraggeber zu berücksichtigen. Diese Beschränkung muss nicht notwendigerweise einengen. Der Rahmen ist auch eine Herausforderung, innerhalb der Grenzen besondere Kreativität zu entfalten. Die Herkunft von der klassischen Malerei erleichtert es den Hamburger, auf unterschiedliche Kundenwünsche mit handwerklich fundierter, stilistischer Palette einzugehen. Zitat Ende. Jetzt kommt ein bisschen was Eigenes. Eine ganz andere Seite von Kurt Schulzke, da bin ich jetzt in meinem Medie, darf aus meiner Sicht auf gar keinen Fall fehlen. Als bekennender Norddeutscher, für den der Norden mitunter von der nordafrikanischen Küste betrachtet, bereits in Spanien beginnt. Und als aktiver Wassersportler hat Kurt Schulzke auch ein ganz besonderes Fable für die Arbeit der Seelotretter, sozusagen für die stillen Helden, oder wie wir unsere englischen Prolima so schön sagen, die Unsun Heroes. Ich freue mich, dass sein großes soziales Engagement hier auf Sylt seine Fortsetzung findet. Dafür danke ich ihm sehr herzlich und ich tue dies auch im Namen der heute Abend hier angewesenden Rettungskollegen von unseren Stationen Hörnum und List. Irgendwo im Internet las ich einmal. Die Ausstellungen und Vernissagen von Kurt Schulzke sind immer ein Fest der Sinne und echte Happenings. Mit Farbe für die Ohren und Musik für die Augen. Das entspricht ganz einem Ausspruch von Picasso. Die Kunst spült den Staub des Alltags von der Seele. Dem ist nichts hinzuzufügen, höchstens Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich zu danken und dir, lieber Kurt, auch an dieser Stelle volle Kraft voraus zu wünschen. Und ich darf Sie nun bitten, Kurt Schulzke mit einem donnernden Applaus hier zu begrüßen. Danke sehr. Zumindest ist es Dr. Bernd Anders gegenüber, der also seine Zitate wirklich in Anführungsstrichen setzt. Und ich bedanke mich nochmal bei Dr. Bernd Anders von der DGZRS, die Seen und Retter. Dankeschön. Dankeschön.